Weil die ja auch diese AI-Eigenschaften hat, muss ich da mal gucken, wie ich das alles da nutzen kann. Ja und, ich kann wissen... Auf jeden Fall rechtzeitig zu der nächsten Kinofilm-Bewertung. Lass mich bloß in Ruhe. Sehr schön. Ja, sonst Gordon, was gibt's bei dir Neues? Ich hab ne Ahnung, war dem ersten bei den Griechen und dann bin ich alleine nach Hause gelaufen und dann war das doch so. Lukas, es kommt gleich vorbei. Wir können auch gute Leute gebrauchen. Ja, bis jetzt gibt's hier keine guten Leute wirklich, also... Damit hast du das Avatar gesagt, dass du auch nicht gut bist. Ja, du hast eben auch noch geschlafen, ja. Gibt's so Tage, da schläft man mal ein bisschen. Gordon, wie sieht's denn bei dir morgen aus mit Zockerei? Bin immer dabei. Sehr gut. Dann ist prima. Gordon ist dabei. Ah, man kann nicht bauen. Komm her, Baba. Gordon, du Arschloch, warum guckst du mir die ganze Zeit zu? Ich guck dir gar nicht zu, ich bin in der Lange. Haha. Und nee, Gordon, ab nächster Woche gibt's auch Sub-Abzeichen. Ich hab grade ein gutes, gutes Angebot bekommen von jemandem. Mhm. Dann krieg ich 6 Sub-Abzeichen. Lohnt sich ja meine 3 Millionen Monate als Zapier. Ja. Ach, du bist nur eingepennt, ja dann. Ich bin heute früh um 3 Uhr schlafen gegangen, hab drei Stunden geschlafen und hab mich wach. Ja, ich hab ähm... Lea. Ich kam nach Hause um 8 Uhr. Dann habe ich noch die Kinofilm-Bewertungen fertig gemacht bis um 10. Ey, du schießt immer nur den letzten Schuss, gell? ja immerhin das ist alles richtig gemacht aber der letzte schuss ist der wichtigste ja verdammt ja mag also du musst auch schon drauf schießen wenn er die fähigkeit nimmt wie läufst du denn hin mehr hast du nicht ich guck dein abgeschossen und wie gut drei stunden schule wir hatten wir schon drei stunden ich es viel zu viel ist so dafür werden wir gar nicht aufgestanden ich schwöre lara ist einfach ein bot ja ich bin dann raus kick mich ja ich gehe jetzt verpiss mich direkt woher hat er vorher schon gesagt weil du da bist gehe ich weg tschüssi ich kann doch auch gehen hallo nein ich bin ich mit antonio da wo du eben warst wo der gestorben ist ich guck dir zu mir wird zugeholt von papa der lag in so einer ecke warte lauf mal da ein bisschen rum immer wieder rein der war drin ich habe die eine ausgetauscht die kann doch nicht weg sein doch die verschwindet einer zeit ja aber nicht so schnell hier war die hier drin genau und für ihn aber die war doch gerade noch da du hast jedoch getauscht ja ich hab die einmal getauscht naja man kann die kronen aber auch wieder abschlafen du kannst meine haben wenn du willst ich gehe ja nicht mehr so viel fahren willst du? ne hier danke lass mich fahren ich bin der beste autofahrer und zeig mir was du kannst idefix ah idefix aus astereotypen also das ist schon sehr interessant euch zuzugucken vor allem seine ansicht wieso er von vorne aufs auto guckt wer guckt mir dann zu? ich guck jetzt zu ne wo fährst du eigentlich hin? irgendwo ja du bester autofahrer der welt der guckt aber auch von oben aufs auto der sieht gar nicht wo der hinfährt nein das ist wie wenn er im richtigen auto die augen zu machen würde so fährt er da ist ein gegener ja hier ist ein gegener attacke ja autofahrer attacke attacke ja ja hier ist auch meine krone tötzoo ey wieso kann ich die krone nicht nähen ah ich hab schon eine ja ich hab dir doch eine geschenkt stimmt jetzt hab ich auch wieder eine ich hab dir eine goldene ah ich hab dir eine dämpfe die krone sehr oh und jetzt kommt der und bald könnt ihr euch auf youtube bestaunen warum Warum? Weil immer wenn man einen Sieg holt, kommt man in meine YouTube-Videos rein. Wirklich? Hm. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Wirklich? 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 Oh, genau. Oh, oh Gott. Oh, oh Jesus. Pick up the pace, Gursd. Ow! These humans are outstained their welcome. It's done! Let's blast it! Note to self, stay with the group. Something's wrong with my pack! Oh, 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 oh. Eine Schwester-Vikträhe ist in Ihrer Krasse, Ghostie. Keep it up. Was ist das? Christy, die Hauntung ist complete. Und damit müsste ich maximal Spuk erreichen. Läuft doch, läuft doch, läuft doch. Und die auch noch? Ich kann sogar die Falle mitnehmen. Das hat natürlich auch los, wie man den die Falle wegnehmen kann. Ja. Sooo, läuft doch ganz gut hier. Großwassers haben die Ohren durch das zu tun. Warum kommen die nicht mehr zu melden? Jawohl, das war schon. Oh, und? Ich hab eigentlich das alles erwartet. Und tschüss, Ghostbusters. Bye, bye. Lauft schön. Wunderrude, wäre das auch ein Spiel für dich?